Ah, Ben! Ah, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's in der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Ja, gerne. Komm, setz dich erst mal. Was geht's denn? Ja... Ich war letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad. Ich war letzte Woche auf eine Spritztour. Ich war letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad. I miss this light to the bottom of the sea, where my soul wants to be, as I run through the night like a river waterfall. Nothing wrong and nothing right, cause I don't know where to go. Almost, I will show you my mind.